Lange haben wir uns nicht mehr mit einem Zappelphilip befasst, so nenne ich ihn ja gerne, Salim Sammatou, über den ich ja mal gesagt habe, dass er gefährlich dumm ist und dass er Fake News verbreitet. Das wollte er mir verbieten. Ist er beim Landgericht Hamburg gescheitert. Jetzt bin ich mal gespannt, ob er heute wieder Unsinn redet oder ob vielleicht so etwas Sinnvolles aus seinem Mund kommt, während er in einem Tesla Y oder was ist das Y-Modell oder wie das Ding heißt, sitzt. Das ist auf jeden Fall sehr hässlich. Ja, Model X ist das. Gut. USA und Großbritannien greifen die Houthi-Rebellen in Jemen an. Warum das eine neue Eskalation im Gaza-Israel-Konflikt ist und ob das zu einem neuen Afghanistan oder Irak werden könnte, erfährst du in diesem Video. Also hol ihr Popcorn. Warum ist das alles so schmutzig bei ihm? Und es wird richtig göstlich. Also zunächst einmal ist dieser Konflikt sehr, sehr faszinierend. Das erste Konflikt ist da so im Nahen Osten in dieser Region, der direkt dich zu Hause betreffen kann. Und direkt... Oh, das nervt, dieses... Dein Geldbeutel. Denn dieser Konflikt könnte zu einer weltweiten Inflationsapokalypse führen und jetzt... Oh Gott, ich kriege wieder Schmerzen. Eine Inflationsapokalypse. Nazis auf Flugsauriern. Verdammte Scheiße. Hitler versteckt sich hinterm Mond. Was genau ist passiert? Und zwar, nachdem die Gaza-Israel-Konflikt, nachdem das immer weiter bombardiert wird in Gaza, haben die Jemenitis beschlossen, sich an den Israelis zu rächen, aus Solidarität zu... Also man rächt sich an den Israelis, weil die Hamas es nicht geschafft hat, einen Genozid an der jüdischen Bevölkerung durchzuführen. Wer kennt es nicht? Den Gaza-Opfern. Und wie haben sie das getan? Und zwar, indem sie bestimmte Schiffe, die irgendwie mit den Israelis assoziiert waren. Also entweder israelische Schiffe waren oder eben als israelische Kapitäne. Das stimmt halt gar nicht. Stimmt halt null. Sondern einfach alle, die aus dem Westen kamen. Gäthchen 5, Dankeschön. Das ist halt dieses unsinnige Framing. Ich brauche den nächsten Kaffee, ich halte das sonst nicht aus. Ich sollte vielleicht Wodka statt Wasser da reinfüllen. Diese Taktik verfolgt ja auch schon der Iran, indem er behauptet, dass er Häuser des Mossad angegriffen hätte in der autonomen Region Kurdistan. Was kompletter Unsinn ist, diese Häuser sind private Wohnhäuser. Die haben einfach Familien weggebombt. Also kompletter Unsinn. Ich habe auch mit Leuten in Erbil gesprochen. Da ist nichts mit Mossad, nichts mit Israel. Dieser Unternehmer ist halt einer der wichtigsten Unternehmer gewesen in der autonomen Region Kurdistan. Und es ging darum, die Kurden zu schwächen. Aber ich glaube, die Tagesschau hat das auch nochmal erwähnt. Ich weiß gar nicht, wie man sowas erwähnen kann. So einen Schwachsinn. Ist das jetzt so eine Standardausrede? Wenn jemand jemanden umbringt, sagt er, war Jude. So. Ich werde das den nächsten Kaffee hier auch für die im VOD, wenn ich es hochlade. Hier ist meine Kaffeemaschine. Ach, wunderbar. Ich will das in der Aufnahme drin haben. Ja. Eigentlich ein bisschen flexen mit dem Setup. Heißt aber noch lange nicht, dass ihr euch zurückhalten sollt bei den Donations. Ne, wir schauen gleich weiter. Es ist kompletter Irrsinn, was dieser Typ da wieder redet. So. Oder Sachen drauf hatten, die israelisch irgendwie einen Kontakt dazu hatten. Also wenn... So, ich bin iPhones. Oder jegliche Art von Elektronik. Denn irgendwie alles hat Israel mitentwickelt. Die an Bord waren und Starbucks oder McDonalds gegessen haben. Daan wurden sie auch von den Huthis als legitime Ziele ausgewählt. Da muss selbst er lachen. Also mal ganz ehrlich, da muss... Habt ihr es mitgekriegt? Da muss selbst er lachen, weil es so unsinnig ist, diese Argumentation. Daan wurden sie auch von den Huthis als legitime Ziele ausgewählt. So. Und damit haben sie natürlich... Das erste Mal, dass er mir sympathisch ist. ...hyptischen wirtschaftlichen Schaden angerichtet. Also zunächst einmal ist dieses Video jetzt drei geteilt. Man muss drei Sachen verstehen. Es beginnt erst mal, wie überhaupt der weltweite Handel funktioniert. Wenn du das schon kennst alles und du weißt, wie wichtig das alles ist, dann kannst du vorspulen zum zweiten Teil. Und zwar dem Jemen. Vielen Dank, dass du es nicht markiert hast. Das ist großartig. Ich würde gerne vorspulen. Jetzt muss ich mir die Scheiße anhören, weil ich nicht weiß, wo es weitergeht. Saudi-Arabien-Konflikt. Wenn du das gecheckt hast, kommt das dritte, was das... Brauche ich das auch nur vorspulen? ...heute zu tun hat. Diese drei Sachen wirst du am Ende von diesem Video perfekt verstehen. Du kannst Vorlesungen in Volkswirtschaft geben. Also, los geht's. Dieser Typ. Dieser Typ. Das Schlimme ist, er meint das ja als Humor. Das meint er ja nicht ernst. Aber, oha, dankeschön. Oliver Bier. Trink Geld von Oliver Bier. Bitte tue weiter Gutes für die Welt. Sag und Csashtian Lindner bitte, er soll die schwarze Null reformieren. 3,50. Warum soll man Friedrich Merz reformieren? Ach, du meinst die Einnahmenseite. Ich dachte, du meinst die Null bei der CDU. Aber egal. Jedenfalls ist es unterhaltsam, was Herr Limsa macht. Danke für die 50 Euro. Jetzt Nummer 1. Warum ist Jemen so ein strategisch wichtiger Ort, der uns direkt alle vernichten kann? Und zwar liegt es daran, dass... Das ist sozusagen die Rosette der Welt. Geld von Arminia Toni. Für bisschen mehr Flex. Da anscheinend einige denken, dass hinter deinen Videos keine Arbeit steckt. 50. Vielen Dank für den Support. Ja, wenn man sich mein Showjoker-Video anschaut, dann weiß jeder, dass es bringt zwar viel Reichweite und auch Umsatz, aber es bringt keinen Gewinn, weil die Kosten halt zu hoch sind. Aber egal. Danke schön für den Support. Dass Jemen genau an einem Knotenpunkt schrägstritten... Wofür ist denn das hier? Chokepoint. Wofür, danke schön. Warum kommt jetzt hier so ein MMA-Ding? ...die Chokepoint liegt. Was ist ein Chokepoint? Gute Frage. Und zwar funktioniert unser weltweiter globaler Handel nicht über Flugzeuge, so wie Menschen normalerweise hin und her reisen, sondern nur über diese gigantischen Containerschiffe, die aus Asien zu... Genau. Hier Zugang zum Iran. Das stimmt. Hier Irak. Das hier ist die relevanteste Route durchs Rote Meer. Das ist natürlich hier wichtig. Schwarzes Meer, das ist der Bosporus. Und hier Straße von Gibraltar. Europa ist ebenso wichtig. Damit hat er recht, auch wenn die Grafik beschissen ist. ...uns gehen müssen. Und Sie müssen das tun in der kürzestmöglichen Strecke. Denn drei Faktoren hängen davon ab. Nummer eins, der Treibstoff. Umso länger du fährst, desto mehr Treibstoff brauchst du, desto höher sind die Kosten, desto höher sind die Kosten, die auf uns Endverbraucher übertragen werden. Nummer zwei ist die Versicherung. Und zwar, je nachdem, wenn du länger fährst, ist ja eine längere Zeit Gefahr möglich, die dein Schiff beschädigen könnte. Und umso länger diese Zeit gebraucht wird, desto höher ist die Versicherung, die du zahlen musst. So ungefähr funktioniert ja Versicherung wie bei Berufsunfähigkeitsversicherung. Berufsunfähigkeitsversicherung als Maler kostet anders als Kobrafänger. Wenn du Kobras fängst, kann das sehr wahrscheinlich sein, dass du gebissen wirst. Und dann ist deine Berufsunfähigkeit eher fällig. Deswegen Berufsunfähigkeitsversicherung für Fallschirmtester oder Kobrafänger ist hier oben. Oder zahlst du mehr als zum Beispiel Schlafsacktester. So ungefähr ist es auch mit dem Schiff. Denn wenn du mit dem Schiff fährst und du fährst an gefährlichen Orten vorbei, wo es viele Fluten gibt. Ja, wir wissen es doch. Jetzt mach Punkt 3. Das ist wahrscheinlich die Zeit. Wo viele Schiffe kaputt gehen oder umso länger du unterwegs bist, speigt dir die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwas passieren kann. Und deswegen Versicherung. Also das ist dann direkt doppelter Kostenpunch für dein Schiff, wenn du länger rumfährst. Einmal höherer Treibstoff. Jalla, jalla. Zweitens musst du die Leute länger bezahlen. Drittens musst du mehr tanken. Viertens musst du mehr Versicherung zahlen. Und all das musst du dann auf die Endverbraucher ummünzen. So, deswegen ist es so wichtig, dass man die kürzeste Strecke nimmt. Aber das Problem ist, bei dieser kürzesten Strecke... Also jetzt hat er den Punkt 3 gar nicht eingeblendet, sagt ihn aber, wie ich, Zeit. Das ist sehr professionell. Kann ich also wieder hier rüber switchen. Sie ist nicht immer die bequemste Strecke. Denn unser globales Wirtschaftssystem hängt mehr oder weniger von diesen fünf Knotenpunkten ab, um den Handel zwischen Asien und Europa quasi am Laufen zu halten. Und zwar ist das einmal in Singapur, die Straße von Singapur. Dann die Straße von Malaga in Malaysia. Danach, da wo unsere Huthis jetzt gerade chillen, zusammen mit den Somalis und den Chihutianern. An der Barb-Almanderb-Straße, danach zum Suis-Kanal, danach durch die Straße von Gibraltar. Und erst dann hast du in Hamburg dein iPhone. So, diese fünf... Bist ja alles richtig. Vier Minuten hat da quasi keinen Unsinn geredet. ...dürfen immer, müssen immer frei sein und dürfen nie unterbrochen werden. Nur so kannst du das super schnell kriegen und so bleiben die Versandkosten gering. So, so grob zusammengefasst funktioniert unser globaler Handel. So, und jetzt das Wichtigste. Wenn der eine dieser Knotenpunkte nicht funktioniert, ist es wie Domino Day. Funktionieren die anderen auch nicht mehr. Das heißt, wenn in Singapur vorne jemand blockiert, bringt dir die Straße von Malaga nichts. Du kannst weder rein... Ja, auch richtig. ...noch raus. Wonach rechnet sich die Versicherung? Anhand der Wahrscheinlichkeit, dass dem Schiff etwas passiert. Umso wahrscheinlicher die Gefahr ist, desto mehr explodieren die Versicherungspreise. So, ganz kurz zusammengefasst. Das heißt, wenn du irgendwo langfährst und das sind so Krokodile über... ...und das sind so Krokodile und Haie, die die ganze Zeit betriebenen Appetit auf Öltanker haben, dann wird deine Versicherung steigen. Weil er weiß, ey, du Bastard, du fährst da hin, wo diese Öl... Was ist mit dem Kerl los und warum ist seine Kamera jetzt spiegelverkehrt? Und diese Öltanker-Haie sind und diese Piranhas, du zahlst mehr für deine Versicherung, du Penner. Und dann musst du immer mehr zahlen. Und irgendwann zahlst du so viel, dass auf einmal dann die Inflation sich bei uns erhöht, weil wir dann im Regal da hingreifen wollen. Und dann sagt er, nein, das kostet jetzt das Doppelte, weil ich bin durch die Haifisch-Abteilung gefahren, deswegen war die Versicherung zu teuer. Das muss ich leider dem Endverbraucher weitergeben. Gern geschehen, ne? Kapitel 2, dem Jemen- und Saudi-Arabien-Konflikt. Als der arabische Frühling in Jemen... Seht ihr Kinder, nehmt kein Crack. ...ausgebrochen ist, gab es dort diese Rebellengruppe namens Houthi, das sind Schia-Muslime, also Schiiten. Und die werden supported von Iran. Iran ist sozusagen der Big Boss mit seinen fünf Avengers. Die Hezbollah in Libanon, die Hamas in Gaza, dann natürlich in Irak und Syrien gibt es auch noch welche. Und natürlich... Ja, das stimmt. Richtig. Und Khash al-Shabi, hätte ich auch mal sagen sollen, aber das ist ein grosser und ganzer Parfum. Hat ja so hässliche Grafiken. Das Besondere an der Hamas und dem islamischen Dschihad ist, dass es keine Schia sind, sondern das sind Sunni. Es sind sunnitische Radikale. Hezbollah und Houthis, das sind Schia und auch hier die Khash al-Shabi und sonstige. Das ist vollkommen richtig. Hier fehlt noch Syrien, da sind sie nämlich auch aktiv. Trinkgeld von Oliver Bier. Schöne Grüße an die Camps in Kurdistan. Hab leider Flugangst, kann deshalb nicht selber rüber. Oha. 50. Dankeschön für den Support. Die Houthi-Rebellen in Jemen. Und das Wichtigste ist, bei diesem langjährigen Krieg, den Saudi-Arabien in der Koalition mit anderen Ländern gegen Jemen geführt hat, der war apokalyptisch, dieser Krieg. Es war eine totale Blockade. Nichts kam rein, nichts kam raus. Das heißt, die Houthis sind abgehärtet. Ja, das heißt, totale Blockade. Wir haben, ihr seht es, ich gehe nochmal aufs Land, also hier, ihr seht es hier unten, die Blockade geht von hier aus. Die ist aber irrelevant. Hier ist Saudi-Arabien. Du kannst das ja nicht blockieren. Hier ist doch mehr. Und hier sind die Houthis, hier unten in der Ecke, hier unten beim Eingang. Das ist deren Bereich hier unten. Hier ist die normale Regierung und hier sind die Houthis. Und der Iran kann hier direkt immer schön hin und her liefern. Deswegen ist das nicht wirklich abgeschottet. Nichts kam raus. Das heißt, die Houthis sind abgehärtet. Die haben nichts zu essen bekommen und haben trotzdem irgendwie Waffen bekommen. Keine Ahnung, wie die Iraner das machen. Die sind wirklich Sherlock Holmes. Die haben so einen El Chapo-Tunnel. Keiner kann das erklären. Hat er nicht gesehen, dass dort eine Küstenlinie ist? Da ist ein beschissenes Meer und sie haben einen der Haupthäfen. Okri, love. Keine Ahnung, wie das ausgebrochen wird. Dankeschön für deinen Prime Stop. Also, da braucht es keinen Tunnel. Da ist mehr. Besser kann man nicht zuliefern. Das erklärt, wie die das machen, aber sie schaffen es jedes Mal wieder. So, und die Saudis haben sich die Zähne ausgebissen an denen. Die haben alles versucht. Blockiert, verhungert, bombardiert, abgefackelt, getreten, Brennnessel, Nippeltwist. Alles haben die versucht. Nichts hat geklappt. Und das hat die Saudis so zur Verzweiflung gebracht, dass sie jetzt einfach einen Waffenstillstand gemacht haben im 2022, letztes Jahr. Und wie gesagt, ey, wisst ihr was? Ihr habt selbst den härtesten Nippeltwist und Nutcracker überlebt. Waffenstillstand, Frieden. So, jetzt sind die alle fresh. Das, was aber bei Saudi-Arabien so krass ist, die haben die ganze Zeit die ganze Welt davor gewarnt, vor dem, was jetzt gerade passiert. Also, die Saudis sind gerade wie so ein Querdenker, dessen Nachbarn Corona-Impfungsnebenwirkungen hat. Und hier, das ist, finde ich übrigens recht schön, diese Karte, die ist recht schön, weil sie nämlich im Vergleich zu den ganzen Schwurblern korrekt ist, die er einblendet. Das ist nämlich nicht der gesamte Jemen, sondern das hier ist der Huti-Bereich. Den zeigt er korrekt. Also, das wird immer besser. Er hat ja sieben Minuten nicht allzu viel Unsinn geredet. Ein bisschen. Aber die Grafik, die ist ausgezeichnet, weil detailliert, denn das hier ist nur diese Küstenlinie, dieser Bereich. Und das hier ist der Angriffsbereich. Die Schwurbler sagen ja alles hier. Und hier ist Djibouti, der Hafen von Djibouti, wo die ganzen Schiffe unter der EU sitzen und hier Horn von Afrika, es geht hier meistens. Hier sind eigentlich auch die Marine-Schiffe unterwegs, weil hier Horn von Afrika, das heißt hier Somalia, beziehungsweise Somaliland, das ist also so inoffiziell, Gebiet, nicht offiziell anerkannt, aber nennt sich Somaliland. Und dort sind die ganzen Piraten hier unterwegs, hier am Horn von Afrika. Hey, ich hab's dir gesagt, Alter, das wird genau so passieren, Alter. Jetzt nimm meinen Aluhelm und hör, dieser Weg wird kein leichter sein mit mir, du blöder Penner. So ist gerade Saudi-Arabien, weil die haben davor die ganze Zeit gewarnt und hatten die ganze Zeit Angst. Und jetzt passiert's den Israelis und den Amis. Und jetzt auf einmal fangen sie an zu bombardieren. Denn wenn die Houthis erfolgreich wären, vielleicht noch mit der Hilfe von Somalis, könnten sie das komplette globale Wirtschaftssystem extrem ins Wanken bringen. Denn dann, wie gesagt, fetter Umweg über Südafrika, alles wird teurer und weltweite Inflation könnte angeheizt werden. Weiterhin muss man sich vorstellen, diese Containerschiffe sind so einfach zu treffen und so schwer zu verteidigen. Denn diese Schahid-Drohen, wie wir bei dem Ukraine-Krieg gelernt haben, sind übertrieben günstig und du musst jedes Mal so Abfangraketen abfeuern, die das 20.000-fache kosten. Und so hast du langfristig einen ökonomischen Totalschaden. Und das ist alles, was die Houthis brauchen, damit sie das als sie kassieren. So, das heißt, jetzt weißt du genau, warum dieser weltweite Handel so wichtig ist, dass diese ganzen Knotenpunkte sicher sind und wie der ganze jeden Konflikt begonnen hat. Aber was hat das mit jetzt zu tun? Und zwar, Mia... Bin ich gespannt. Also ich habe jetzt an diesen acht Minuten nicht viel auszusetzen. Er hat seine eigenwillige Art, es zu erklären, aber es ist im Großen und Teilen recht korrekt. Er hat ein paar kleinere Fehler. Das sind gewisse Knotenpunkte, Zugang Richtung zum Beispiel den Hafen, hier Basra-Bereich. Das ist nicht so relevant, aber das sind Flüchtigkeitsfehler, die sind irrelevant. Da hat die Welt früher funktioniert, vor Hitler. Und zwar vor dem Zweiten Weltkrieg gab es immer sogenannte Imperien. Der europäische Kontinent war relativ in sich abgeschottet, der asiatische und so weiter, weil man nicht riskieren wollte, diese ganzen Handelswege offen zu lassen, weil ansonsten andere sie immer bombardiert haben. Und nach dem Zweiten Weltkrieg, als die Amis in Bretton Woods die neue Weltordnung geschrieben haben, haben sie so die Globalisierung herbeigeführt, indem jeder mit jedem handeln konnte. Und das Wichtigste ist, dass die Kosten für diesen Transport so billig wie möglich sind. Denn ohne diese günstigen Transportkosten wäre nichts an der modernen Elektronik, wie wir sie heute kennen, möglich. Denn im Englischen nennt man das Intermediate Good Exchange. Ey, warum? Was? Was ist? Was? Einfach Troto, Dankeschön. Was ist das hier? Keiner erkennt irgendetwas. Jesus Maria. Das ist wirklich... Das heißt nichts weiter als Zwischenstufenprodukte. Alle gehen auf 4K und er geht auf 120 Pixel runter. Ey, das ist... Was? Gegenseitig auszutauschen. Früher war es so, wie bei Henry Ford oder... Einfach Nokia 3110 Grafik. Bei Mercedes-Benz, dass alles in einer Fabrik passiert. Von A bis Z zusammenbauen und am Ende kommt es raus. Jetzt aber in unserer globalen Welt ist das so, vor allem im asiatischen Raum. Ist das so, dass Teile, bestimmte Teile Asiens, die nur die Platinen zusammenbauen, die anderen machen nur die Drähte, die anderen machen die Displays. Die Halbleiter kommen aus Taiwan, Korea und Japan. Und dann wird das alles in China teilweise ein Teil davon zusammengesetzt. Und immer wieder werden diese Sachen hin und her geschickt. Das heißt, die Vietnamesen machen einen kleinen Teil, schicken das dann weiter an die Indonesier. Die Indonesier machen einen weiteren Teil, die schicken das dann weiter, bis am Ende das iPhone so rauskommt, wie du es jetzt kennst. Und das setzt voraus, dass die Versandkosten, wenn du so willst, so niedrig wie möglich sind. Wenn die Versandkosten hoch sind, ist bei jedem dieser Schritte apokalyptisch viel teurer, sodass es für den Endkonsumenten... Auch richtig. ...nicht mehr so günstig ist, so wie wir es jetzt kennen. Und viele Sachen wahrscheinlich nicht produziert werden können. So, ganz kurze Zusammenfassung war das, dass wichtig ist, dass die Versandkosten niedrig sind. Und wie schafft man das? Indem man diese gigantischen Container aufs Wasser haut und dann einmal die Versandkosten zahlt. Trinkgeld von Oliver Bier. Für das Upgrade auf 240p100. Dankeschön für eine Donation über 100 Euro. Danke für den krassen Support. Ich kann nur an der Auflösung nicht viel machen. Ich nehme zumindest hier dieses VOD in 1440p auf. Also, wenn man es sich nochmal anschauen will, ich bin besser bei YouTube aufgelöst als im Stream selbst. Dann ist ja pro Produkt in diesem Container vergleichsweise die Kosten fast asymptotisch gegen 0 oder 12 Cent, weil ja so viele gleichzeitig transportieren. Auch richtig. Das ist auch einer der größten Kostenpunkte neben dem Verbrauch und dem Öl und den Rohstoffen, die da sind. Das ist übrigens ein guter Seitenheb an die grünen Hippie-Straßenkleber. Weil dieser wichtigste Part für unsere globale Ökonomie ist nicht möglich ohne Rohöl. Das ist elektrisch überhaupt nicht möglich. Ich sage dir mal vor, so ein Tesla-Supertanker, der mitten auf dem Ozean einen Super-Charger braucht. Mit der Drei-Wochen-Bauer. Dann willst du dein iPhone jetzt... Super, ciao, ciao. Ach, herrlich. Nein. 10 Minuten 37, weiterhin gut. Jetzt bestellen und dein Enkelkind könnt ihr es abholen. Dann wären wir back in der DDR. Allein deswegen ist diese ganze Elektrifizierung größte Hundescheiße aller Zeiten. Man braucht das Öl, ohne das geht nichts anderes. Diese ganzen Tesla, was auch immer es gibt, ist es gerade in einem, deswegen ist das ironisch. Dieser Tesla hier hat mehr Erdöl verschlungen, als man jemals sparen könnte. Und die Auswirkungen davon spüren wir jetzt schon. Und zwar haben schon die größten Schiffsbetreiber den kompletten Betrieb am Roten Meer ausgesetzt. Und wie gesagt, das ist ein doppelter Knotenpunkt. Barb Al-Mandab zusammen mit Suezkanal. Das heißt, dadurch, dass Barb Al-Mandab jetzt nicht mehr benutzbar ist, so richtig, ist auch das Suezkanal nicht benutzbar. Ergo keine weiteren Transiteinnahmen für Ägypten, die ich schon wieder... Ja, Helvetica, er macht das satirisch. Du musst bei ihm, und ich kritisieren ja, wo es nur geht, diese Übertreibungen einfach wegdenken. Vieles meint er nicht so ernst. Er hat jetzt damit gemeint, dass Öl benötigt wird, damit auch ein Tesla ankommt. Oder auch die Bauteile und die Chips und so weiter. ... finanziell sehr hart zu kämpfen haben. Und das ist das Wichtigste bei diesen Knotenpunkten. Die Länder, die sie kontrollieren. Ke-ching, ke-ching. Außer die Türken natürlich, weil die haben durch diesen Lausanne-Vertrag das Recht abgegeben, da abzukassieren. Das ist das Einzige, was die übertrieben abwagt, ist grauend. Aber das spüren wir jetzt schon. Und deswegen baut Erdogan seinen neuen Kanal. Wenn das dem Endverbraucher weitergegeben wird, kann das zu einigen Herzinfarkten am Supermarkt führen. Also das ist ja ein dreifaches Inflationsschwert. Nummer eins sind die Kosten, die durch den Treibstoff steigen, wenn du außen rumfährst. Nummer zwei ist die Versicherung, die steigt, die auch nochmal weitergegeben wird. Aber das apokalyptischere ist, dadurch, dass die länger unterwegs sind, diese Schiffe, kommen mir auch die Produkte später zu Hause an. Ergo gibt es ja eine Knappheit von diesem Produkt in dem Land, wo es hin soll. Und das kann auch nochmal die Inflation ansteigen. Es ist quasi wie so ein Dreizack der Inflationspower, die die Houthis haben. Und dadurch, dass die halt an diesem perfekt gelegenen Punkt sind, ist es wirklich eigentlich fast schon unlösbar, außer man macht so eine... Da ist die Zeit, ja. Er hat es ja vorhin schon kurz erwähnt, aber alles richtig. Drag-Style, Afghanistan-Style, All-In-Invasion. Weil mit ein bisschen Bombardieren, das machen die die ganze Zeit. Das haben die schon zehn Jahre lang durchgemacht. Und plus durch diesen Waffenstillstand haben die jetzt ihre Munitionsvorräte an Drohnen und sowas so krass aufgebaut, dass die einige Zeit lang jetzt noch weiter rumballern können. Da bin ich richtig gespannt, wie die Armys das handeln wollen, ohne dass das in einem weiteren Irak-Konflikt da rumeskaliert. Aber lass du mich in den Kommentaren wissen, findest du es göstlich, dass die Houthi-Rebellen so Solidarität mit den Palästinensern zeigen? Jetzt bin ich ja mal gespannt. Ich glaube, es ist halt einfach nur Druck erzeugen. Ja gut, da ist ja auch wieder so einer, so ein Pro-Hamas-Äußerung im Endeffekt. Möge Palästina befreit sein. Ja, befreit es doch mal von der Hamas, damit die Leute dort in Frieden leben können. Es langt doch auch langsam mal. Ja, das Video ist, also bisher ist es, es ist die Hälfte des Videos und bisher ist es gut. So fast schon am Weltzerstörungsknopf der gesamten globalisierten Wirtschaft sind? Oder glaubst du, dass sich das widerlegen wird? Lass es mich wissen in den Kommentaren. Vitamin X Werbung. Diese Folge wird präsentiert. Ah, ich kann Werbung vorswitchen. Oh, ist die viel. Ist das... War's das? Ist das Video jetzt vorbei? Wie nice ist das denn? Die Hälfte ist Werbung. Das freut mich ja doppelt, dass ich den Scheißen mir nicht anhören muss. Vielen Dank auch. Jetzt... 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 Das ist das erste Mal, Leute. Das ist das erste Mal. Ich habe in Salim Sammertu noch nie ein Like gegeben. Leet. Noch nie habe ich das gemacht. Hier, weil es im Großen und Ganzen richtig war. Und weil es so kurz war, weil das Video nämlich schon nach der Hälfte vorbei war. Das hat mich... Das am Schluss hat mich abgeholt. Dass nach 12 Minuten und 50 Sekunden das Video schon vorbei war und danach nur irgendwelche Werbung für seinen Podcast kam. Daumen hoch. Ja. Was eure Meinung, schalt's in die Kommentare. Und abonniert natürlich meinen Kanal, aktiviert die Glocke, lasst ein Like da und kommentiert fleißig. Kutscher Frank, Dankeschön für deinen Sub. Je mehr ihr kommentiert, desto höher ist die Reichweite und so weiter und so fort. Ihr versteht.